Ja, jetzt willkommen zu einem weiteren kurzen Video. Ich will jetzt mal das Feedback-Video hier von... Was ist der Kalle? Nee, der freut sich direkt auch, wenn der rumgequakt wird. Ja, auf der einen Seite möchte ich Danke sagen für euer Support. Das habe ich auch geschrieben. Danke für euren Support hier bei diesem Video. Und auf der einen Seite möchte ich aber auch Entschuldigung sagen für diesen Clickbait. Aber wie ihr seht, Clickbait funktioniert. Ich höre auf mit YouTube. Und das Thumbnail hatte ich ja auch nochmal so ein bisschen gebaut. Und, ähm, 94 Aufrufe, 15 Likes, 2 Dislikes, okay? Wie war ich wegen dem Clickbait? Keine Ahnung. Ist mir aber egal. Ähm, und, äh, 39 Kommentare. Ich glaube, 40 Kommentare. 20 Leute haben circa kommentiert. Ich habe jedes Kommentar hier kommentiert. Ich kommentiere eure Kommentare mit meinem Kommentar und rede hier in diesem Video über... Nee, Quatsch. Lassen wir den Scheiß. Nee, ihr kennt ja den Blödsinn. So. Erstmal Danke für euren Support. Ich hatte... Ja. Schön, was ihr da geschrieben habt. Hat mich umgehauen. Und, ähm... Deswegen brauche ich jetzt nochmal euren Support. Das ist das, worum es hier geht. Ich brauche nochmal eure Hilfe. Denn, dieser Kanal, kann man so sehen, ist uns beiden. Uns allen ist dieser Kanal. Klar, gehört mir dieser Kanal. Ich kann darüber im Prinzip nur bestimmen. Aber ich möchte diesen Kanal mit euch aufbauen. Das bedeutet... Ich möchte gern wissen... Welche Spiele sollte ich zocken? Und ich bitte euch, das mal hier in die Kommentare unter diesem Video zu machen. Welche Spiele würden euch interessieren? Welche würdet ihr gucken? Oder schreibt drunter, Flatrate... Mir ist egal, welches Spiel du spielst. Ähm... Ich, äh... Guck das oder höre das trotzdem. Ich hatte mal eine... Ich hab die immer noch, die gute Freundin. Die hat mal... Die guckt, glaube ich, nicht mehr bei mir. Aber, äh... Er hat gesagt, Flatrate... Ähm... Immer wenn ich Haus... Äh... Meine... Meine Wohnung putze... Dann lass ich im Hintergrund, äh... Dein Blödsinn da laufen. Ich gucke das Video nicht. Ich höre nur dein Audio und freue mich, was du für Blödsinn erzählst. Haha. Kann es ja auch geben, ne? Oder... Keine Ahnung. Hey, ich hab hier Sex mit meiner süßen Maus. Äh... Ich lass einfach beim Sex deine Videos laufen. Haha. Kann ja auch sein. Weiß ich nicht, ne? Deswegen... Schreibt drunter, was ihr denkt. Und, äh... Schreibt mir bitte mehrere Spiele drunter, wo ihr sagt, Hey, Flatrate, ich spiel mal dies und das. Würde mir sehr viel helfen. Und... Ja. Das Spiel soll gar nicht so lang sein. Ähm... Ich danke fürs Zugucken. Schreibt es hier drunter. Freue mich auf euer Feedback. Und, ähm... Ganz klar ist, ich kann nur das spielen, was mir Bock macht. Ne? Ich spiele kein Spiel, was mir keinen Bock macht. Aber gebt mir so viele Spiele wie möglich, die man spielen könnte, aus eurer Sicht. Ja? Vielen Dank. Und, äh... Wir hören uns. Euer Flatrate. Tschüss. Wir hören uns.